Für die Aussaat im Beet benötigst du folgende Werkzeuge und Gegenstände. Ein Spaten zum Graben. Eine Hake zum Ebenen des Beets und zum Andrücken der gesäten Samen. Bitte immer mit den Zinken nach unten hinlegen. Eine langstielige Hacke zum Hacken und Rillen ziehen. Eine Pflanzkelle zum Graben von Pflanzlöchern und Abmessen. Eine herkömmliche Pflanzkelle ist ca. 30 cm lang. Ein Stock zum Ziehen oder Drücken von Rillen. Ein Maßstab oder Markierung auf dem Stock fürs Abmessen der Aussaatabstände. Eine Schnur zum Abstecken der Beete. Ein kleines Schälchen für den Sand. Etwas handfeuchten Sand zum Vermischen mit kleinem Saatgut und zum Markieren der Aussaatstellen. Materialien für die Beetbeschriftung und einen wasserfesten Stift. Eine Gießkanne mit Brause zum Wässern nach der Aussaat. Und natürlich das Wichtigste nicht vergessen, deine Gemüseanbausets. Das Projekt Black Turtle – Alte Sorten für Junges Gemüse wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in Kooperation mit dem BUND.